Ja guten Tag, wir spielen heute mal wieder The Forest. Beim letzten Mal, da sind wir so ein bisschen rumgeeiert, haben auch so einen Typen gefunden, der zusammen kloppen wollte, aber wir haben den zum Glück geschlagen. Schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen weiter überleben können. Wir sind mal heute beim anderen Lager, beim roten. Hier sind interessante Koffer, das ist super interessant, die wir eigentlich schon geplündert haben im ersten Teil. Das sind ein bisschen komische Sachen, ne? Ich weiß nicht, warum wir ihn nicht sehen können, aber egal. So, da ist nichts. Irgendjemand hat die Koffer aufgefüllt, das ist auch schön. Machen wir erstmal hier so ein bisschen Kofferplünderung direkt am Anfang. Oh, da springt aber auch. Oh, nein, ey. Guck mal, das sind Aufkleber, Deutschland, England, also Großbritannien. Achso, ist auch gut. Wir haben den Nachbarkoffer geknackt. Ja, nehmen wir alles hier. Sieht aber alles echt ein bisschen anders aus, ne? Wir waren auch noch nie hier, ne, auf der Seite. Vielleicht sind hier irgendwie tolle Sachen. Aber nix, nix. Da hinten liegen noch mehr Koffer. Hm. Das ist ja interessant. Den Golfball. Äh, nicht Golfball, Tennisball natürlich. So, so, trinken wir es erstmal hier, ne? Eeeh. So. Ja. Kollege, ey. Musst ihr da trinken, was ihr übrig bleibt, ey? Da ist hier ein Stock drin. Ja, ich war auch. Der Stock war halt runter. Ein Stock ist da drin. So. Blub, 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 nee. Tau war ja mal ein bisschen runter. Und kommen wir da auf andere Seite. Ja. Und hier geht's schön bergab. So, wir könnten so und so langsam so ein Lizard braten. Dann machen wir den noch. Aber erstmal bucht natürlich auf. Feier. Eeeh. So, dann machen wir Feuer an. Wir verbringen kein Geld, wir verbrennen Wizard. Oder braten wir natürlich. Nicht verbrennen. Was ist da los, ey? Ist doch alles gut, ey. So, aber auch mal so langsam was machen, ne? Wir hüpfen hier nur hin und her rum. Hin und her. So. Hat sich hier irgendwas geändert? Hier die tolle Kanne. Benzinkanne. Ja, kommen wir nicht mehr tragen. So, so, so. Spannende Sachen passieren jetzt auch nicht, ne? Muss doch hier was einnehmen in den Wald, ey. Guck mal, hier Pilze. Pilze sind immer gut. Waren sogar nicht giftig. Konnte man essen. Ja. Ey, seid zu zweit. Zu zweit, kein Bock auf euch. Boah, rot ab einfach. Bin ich in eurem Lager? Wollen wir auch gar nicht angreifen. Äh, was tun hier? So. Den haben wir. Und natürlich. Profeer. Den haben wir natürlich auch. Und werfen die direkt. Zu den Fischen, damit die auch was haben. Ich hab, der Fehler war. Ich hätte. Was kriegen wir jetzt noch was? Lassen wir ihn einfach liegen, na? Brauchst du so keiner. Der Fehler war, diesen Lizard kann man ja raten. Und wahrscheinlich will ich die Blätter beigeben, damit der knuspriger wird oder was. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall beim nächsten Mal mal ausprobieren. Weil wir hatten ja volle Energie. Über den Lizard hat er es gebraten. Was machen die Hasen, wenn da das auch so komische mutierte Hasen da wird? Aha. Errungenschaft Hase. So, wir gehen wieder an Wasser. Wir hören wieder komische Menschen. Da. Seid ihr denn hier? Ein ganzer Club da oder was? Wer im Wasser wollte nicht, ne? Aha. Aha. Da ist schon der eine, der hat sie aufgelöst. Das ist auch interessant. Komm, Mann. Geh nur hier rein. Ist doch schön, ey. Können wir auch ein bisschen duschen, da. Genatzt, ey. Komm doch rein. Echt gut da, die können nicht schwimmen, da, die Viecher, ey. Die Typen da. Bisschen hier erforschen, halt. Ist ja. Eigentlich der Beste hier. Essen haben wir ja und hier. Äh, mittlerweile wissen wir auch, wie man die hier Feuer macht. Oder das war nochmal mit dem Erforschen. Und gehen zu der Game Basis. So, wieder an Land, ne? Quark, quark. Gehen hier ab. Oh, wird wieder dunkel. Auch mal schön, ne? Da mögen wir richtig. Dunkelheit. Kann ja jetzt schon mal Licht anmachen. Ja. Also nicht zu dunkel. Sagt, da wäre so ein riesen mutiertes Vieh, so ein Stamm, ey. Ich sehe auch schon hier so komische Sachen, ne? Ja, 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 ja. Boah, nee. Haut einfach ab, ey. Ist ja doch. Alles geschafft, ey. Oh, ein Glück, ey. Muss ja auch erst mal ein Feuer machen. B. Aber. Und hier machen wir ein paar Blätter. Und wir verbrennen kein Geld, wir verbrennen lieber Blätter. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Hier ist so ein Lizard hier beraten. Ob der mehr Energie gibt. Aber liegt schon mal aus. Guck mal da rüber. Hammer, ey. Danke, genau. Mhm. Ja, hat auf jeden Fall mehr Energie gebracht, wir speichern lieber, bewert doch mal ruhig den Teil, ich hoffe wir haben ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal, tschüss.